Ob höchster Baum, Aboretum, Gasthäuser oder die mittelalterliche Burgruine. Die Sehenswürdigkeit in und um Eberbach können Wanderfreunde jetzt auch digital erkunden. Der elektronische Helfer mit Karten und vielen Informationen heißt Wanderwalter. Wanderwalter kann im Internet genutzt werden. Das ist das eine Standbein. Die andere Seite ist, man kann Wanderwalter auf seinem mobilen Pocket-PC runterladen und dann mit ins Gelände nehmen. Und dann hat man eben alle Informationen, die man braucht, draußen im Gelände auch tatsächlich mit dabei. Wenn der unterwegs irgendwo ein Punkt ist, dann kann ich da draufklicken und weiß, um was es geht.